so dann noch ein tic-tac 7 da war ja natürlich ein goldröcker schutz brauchen wir ja nicht ja natürlich kommt da noch ein Ein Ninkada! Ah, ne, freut mich. Ne, da geht's. Ne, ne, da geht's. So, auf geht's, ab geht's. Drei Tage war. Erstmal das Pokémon Center, Schwalbini heilen und Junglus. Und Schwalbini. Oh, willkommen im Pokémon Center. Wir sind ja alle total strong. Wuuu. So, auf geht's. Zollen wir uns den ersten Ohren endlich. Mit Jungblut im Gewäck. Und Schwalbini. Ist das jetzt kein Problem mehr. Wir können Sie hier herausfordern und nicht siegen. Natürlich, besiegen wir dich jetzt. Wir zeigen dir, was wir jetzt haben. Ein besseres Team als vorher. Los geht's, Junglos. Und Doppelkick. Pam, Pam. Und überlebt. Und überlebt. Dankeschön, dass du nur einiglein bist. So, dann kann ich jetzt mein krasser einsetzen. Verdammt. Ich wusste es. Oh, verdammt. Warte, gar nicht. Doppelkick. Pam. Pam. Und du wirst weg, Kleinstein. Und Junglo, da reicht glaube ich 17. Was ist denn? Als nächstes kommt das Gnet wieder. Nach Gnet, Gnet. Ja, Magnet. Und los geht's. Doppelkick. Pam. Pam. Und noches Evolid natürlich. Und jetzt kommt, der Allsatzbelieb ist jetzt als Grab. Es verringert unsere Geschwindigkeit. Und die setzt natürlich noch ein Trank ein. Mal halt so warten. Und jetzt geht's los. Doppelkick. Pam. Pam. Und sonst geht's Junglo. Doppelkick. Nein. Natürlich kommt das. Der Steinbruch. Geht uns natürlich nicht ab. Wir sind natürlich nur einfach wach. Da wir Feuerkapsel sind. Und wir besiegen sie. Und wir haben unseren ersten Gilt. Von den Kampf herum. Und wir haben unseren ersten Arinator. Dann sieht's uns. Kommt den ersten Arinator. Der Pokémon-Liga-Orden. Den Steinorben. Ja, natürlich. Zerschneider. Tier 39. Ist das nicht Felsgraben. Ja. Weiter geht's natürlich jetzt. Auf der Reihe zum Pokémon-Meister. Geh weg. Aus dem Weg. Team Aqua. Warte. 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 Ja, wo ist er denn? Oh. Oh. Du wirst das. Ist dieser große Auto gedreht. Und der mir im Glutenbruch bald geholfen hat. Blüht mir das Team Aqua. Hat mich ausgeraubt. Was ist der so ein Bauernglückkrieg? Wenn ich sie nicht klaue, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja. Natürlich müssen wir ihnen helfen. Team Aqua. Das ist natürlich unser R2. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 1. 6. 8. 7. 9. Is das so schön? Es ist das eine andere Seite. Aber das ist ein wenig zu sehen. Was ist das eine andere Seite? Bis zum nächsten Mal. Oh, was soll ich hier sein? Oh, Peckle. Oh, Peckle. Oh, Peckle. Oh, Peckle. Oh, was soll ich hier? Oh, Peckle. Metall. Metaflur. Genau. Metaflur. Komm her, wenn du dich brauchst. Nein, Trainerkampf. Noch nicht. Erstmal durch den Klommel. Zum Einblatt von der Jungler raus. Ein Volltreffer. Pfff. Hey, du hast du mich hier raus. Nein, ich stehe bloß hier so. Ein Team Aqua Wackel mit einem Pippchen. Doch, dann ist kein Gegengrund. Gut. Und dann... One-Hit-Opfer. Ich könnte nichts Besseres auffallen. Ich stehe ihm einfach. Es wird langsam langweilig. Pfff. Ich habe einen Waren erhalten. Oh, es kommt der Adi-Sacora auf, natürlich. Oh, ich bin zu ruhig. Äh, ich bin zu ruhig. Ich bin zu ruhig. Ich bin zu ruhig. Es muss sagen. Die in die Kräfte sind einzuschrauben. und nicht über die ja 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 natürlich und gleich noch Nein, doch nicht. Nicht nur Anna. Vielleicht fange ich mir doch mal eins. Ja, könnte man vielleicht benutzen. Das wird doch leider und so. Dankeschön. Wo ist der Mongo? Wo ist der Mongo? Wo ist der Mongo? Das ist der Mongo so abgeschaft. Ja, toll. Ich schenke mir doch mal was. Obwohl ist der Meisterball oder so. Ja, grämmt, Fokk City! Ja, grämmt, Fokk City! Oh, der Präsident! Der Mr. Trump! Der Präsident! Der Incorporation! Yo, Tridia! Der Exo! Das ist schon mal, aber dann noch nicht mehr. Ja, Pocona! 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 Natürlich! Ich habe noch einen Elegal. Ich habe noch einen Elegal. Meter raus für die. So. Pause jetzt nochmal. Ich habe noch einen Schneider. Jo, Servus! Jo, hier steckst du dir ganz zu. Ich bau ihn ein. Auf jeden Fall, das Schneider war. So, willkommen im Pokémon Center! Und vier Pokémon haben wir schon. Das ist eigentlich ein ganz guter Weg hier. So, was heißt das? Was ist das? Äh... Faulenverschneider! Ja, natürlich! Linkhater! Ein Lernverschneider! Macht mal was sinnvolles! Oh! Oh! Oh Gott! Ich wollte schon sagen... Ich wollte jetzt... Wir kämpfen, aber das ist ja noch gar nicht so weit. Ich glaube, das ist ja noch gar nicht so weit. Wenn dann im zweiten Kampf kommt. Doch, jetzt müssen wir erstmal nach... Äh... Nach dem Eisenboot, glaube ich. Nach dem Eisenboot. Nach dem Eisenboot. Nach dem Eisenboot. Und da ist der Weg. Ah! Hup rot! Da ist das? Oh! Na go! Na go! Na go! Na go! Na go! Ich mag Wohse. Ich mag Züge. Na go! Oh! oh yo freudy als ich da so dann muss ich erinnern was soll ich sagen oh ich bin ich bin ja Ja, ja, ja. So, das Problematron da ist noch nicht. Ach, das ist eine Musion, ja, 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 ja. war ein bau von der marken aber da war aber scheiße ich habe jungen vor oder nicht die kühle und so lebe überleben mit jemann schenke Como ist das, schon mal wieder? Ehh, das ist nicht da. Oh, das ist es. Es ist für mich nur einuxischer Hut. Komm immer weiter. Komm immer weiter. Komm immer wieder. Komm immer weiter. Komm immer, Mann. Ah ja, du Namenstrich...